Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Hayes, Brot und Spiele. Die Bedeutung Brot und Spiele stammt aus dem Römischen Reich. Man versteht darunter die politische Strategie, das Volk mit Geschenken und inszenierten Großveranstaltungen bei Laune zu halten und von den eigentlichen Problemen der Gesellschaft abzulenken. Das letzte Album von Hayes, die Zwielicht-LP, erschien im Februar 2018. Etwas mehr als zwei Jahre später kommt nun das dritte Solo-Album des Karlsruers. Brot und Spiele kommt mit 16 Tracks, Features kommen von Shara, Cashmo und Easy Ono. Das Release kommt über alte Schule-Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Daniel Gunn, Der Hölle entgegen 2 Der erste Teil, Der Hölle entgegen, erschien im Oktober 2018. Knapp eineinhalb Jahre später kommt nun der zweite Teil des Hannoveraners. Der Hölle entgegen 2 kommt mit 5 Tracks und beinhaltet keine Features. Die EP erscheint digital. Fatal kriegt dein Geld hoch. Fatal steht bei dem Label Hutmacher Entertainment unter Vertrag. Das letzte Album, ohne Grinden, kein Flexen, erschien im November 2018. Jetzt steht das neueste Machwerk des Berliners an. Kriegt dein Geld hoch, beinhaltet 13 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Bones MC, Club The Main und Locke Nummer 19. Das Release kommt über Hutmacher Entertainment und erscheint als Tape und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.